Süßes Geständnis von Gülcan Kamps Die Moderatorin wünscht sich ein zweites Baby. Gülcan Kamps ist überglücklich. Jahrelang versuchten sie und Ehemann Sebastian Kamps, ein Baby zu bekommen. Vor knapp einem Jahr war es endlich soweit. Die ehemalige Viva-Moderatorin brachte ihr erstes Kind auf die Welt und genießt seitdem ihr neues Leben als Mama in vollen Zügen. Doch die Familienplanung ist noch längst nicht abgeschlossen. Auf ihrem Instagram-Account lässt Gülcan ihre Fans regelmäßig an ihrem Alltag als Mama teilhaben. Immer wieder wollen die Follower wissen, ob weiterer Nachwuchs geplant ist. Gülcans ehrliche Antwort, ihr habt mir in letzter Zeit immer wieder die Frage gestellt, ob ich mir ein zweites Kind vorstellen kann? Ja, ich will. Ich fühle mich seit einigen Wochen total bereit für diesen Schritt und hab das Gefühl, dass dies auch körperlich und mental 10 Monate nach der Geburt gut passt. Was für süße Neuigkeiten! Mal sehen, wann uns Gülcan wieder mit einem Babybauch überrascht.